Ich hätte nie gedacht, dass ich mal Sänger werden könnte, aber als ich dann die Tränen in den Augen meiner Lehrerin gesehen habe, auf meiner ersten Hochzeit, da dachte ich mir einfach nur, ey, that is it. Es ist einfach so schön, dass ich was gefunden habe, was so erfüllend ist und womit ich auch noch so viel Freude bereiten kann, weil ich kann da ich sein, ich kann meine super emotionale Ader rauslassen und die Songs auch so formen, als ob jeder eben mein eigener wäre und das merkt man auch, weil ich krieg so oft gesagt, mit wie viel Herz ich da rangehe und das ist wirklich einfach das Schönste als Musiker. Ich habe nichts mehr als ich.